Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins Wir sind hier bei den Tiefen Wegen an der an dieser einen Kreuzung wo wir hin sollen Und ich entschuldige mich schon mal wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört im Fernsehen wird Im Wohnzimmer wird gerade anständig gezockt natürlich ist ja klar Deswegen kann es sein dass man ab und zu Miau Miau hört Ich weiß gar nicht mal wie die Spiele noch mal nennt Wenn dort wo man so fight kampf spiele halt ne Ich habe vergessen was das spiel heißt in das mit ultimate glaube ich keine ahnung Und ich überleg mir schon seit der letzten folge wo hier die wo der richtige weg ist und wo nicht Ich gehe als erstes mal da entlang Also da nach hinten glaube ich Da waren ja bis jetzt nur drachen die besuche ich mal und dann ich habe teilweise nicht gestartet ich bin blöd So Mach mich mal bereit Wo ist der Drache? Drache! Putt putt putt! Ach da! Kleiner bootiger Sack! Oh oh! Hümbel! Hümbel! Was machen die da hinten? Ja Gebirg! Ja! Alissa macht nichts! Ja! Alice macht nichts! Ich mach lieber das, die sollen jeden anreifen. Na, da. Ich spiel ein bisschen laut für mich, glaube ich. Aber es geht noch. Der Herr Bauer, schütze dich. Das war's. Wieder so ein blutiger Sack. Du Sack, ey. Oh Gott. Kopf in einem Sack. Naja. Oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich. Gibi, gibi, to me. Hm. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also der Hauptweg. Deswegen gehe ich einfach mal hier weiter. Ich glaube, irgendetwas ist auf uns aufmerksam geworden. Ja, ich glaube, irgendetwas ist auf uns aufmerksam geworden. Ähm, wow. Okay. Pum ins Gesicht. Der nächste, bitte. Nächster. Ich glaube, die mal super. Die sind früher, als wir fertig geworden. Schade. Na gut, die hatten ja ein weniger. Okay. Ist verständlich. Runenstein. Ja, ja. Huh. Wir haben Spaß mit einem. Ich muss ja sagen, die Kämpfe finde ich bei Dragon Age, also diese, ne? Solche Kämpfe jetzt, wo man einfach nur die Typen abschlachten muss und dann fertig, ohne irgendeine Geschichte dahinter zu haben, finde ich sehr langweilig. Spiel ist gut, aber ich finde das irgendwie langweilig. Ich mag es irgendwie mehr, äh, wenn schon dann gegen Leute zu kämpfen, mit denen ich vorher mal gesprochen habe. Wenn ich sie nicht überreden konnte, dann, ja. Dann klatsche ich die gern. Aber die ganze Zeit einfach nur so Gegnermassen da irgendwo hinsetzen, finde ich blöd. Uh, falsch. Oh, wo bin ich denn hier rausgekommen? Ach du Scheiße. Der steht ja immer noch. Okay, er steht nicht mehr. Auf, auf. Ich geh mal da nach hinten. Ich bin auch wieder ganz wieder fallen, Mann, ey. Wo? Alter, ich glaube, hier bin ich richtig. Ach du Scheiße. Oh, 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 ich muss mich heilen, heilen, das ist schwach, das ist stark. Da hinten ist ein Gendlock gesandter, den klatsche ich weg. Eine Falle direkt vor uns, da vorne meinst du, glaube ich. Oh, oh, oh. Da hinten ist ein Fass mitten im Nirgendwo. Sind das alle Gegner? Warte. Ich glaube, da kommt man dann da raus. Okay, ich glaube, es ist egal, wo man hingeht. Das war klar. Stopp Hund, Hund nicht. So. Ja, ja, passt, passt. Ja, ich dachte gleich. Ja, ja. Wir sind da reingerannt, wieso auch immer. Ich renne jetzt einfach weiter. Oh, oh, ich brauche Leben. Jetzt nicht mehr. Bam. Kann ich mir eins ausmachen? Jo, klappt. Oh, nein, nein, komm, lass mich durch. Oh, ne Statue. Oh, oh, meine Nase juckt. Oh, 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 oh. Ich kam jetzt sehr merkwürdig rüber, aber ist mir egal. Ich gehe jetzt erst hier entlang, denn da sieht es nicht so weh. Nein. Und wird das? In die tiefen Wege, ja. Beste. Ich gehe jetzt da entlang. Da sind wir im Kreis gelaufen. Ja, in die tiefen Wege, wohin sonst? Wie greifen die von hinten an? Ja, das kann ich gut. Was war das? Ach du scheiße. Heischer natürlich. Nööö. Na, es verfehlt. Oh. das ist kein starker okay ich nehme es wieder zurück das ist ein ganzer ober ich habe hier umgekletscht und dann selber runtergefallen so muss kannst du mal bitte hier die truhen öffnen der kampf ist sowieso schon fast beendet passt da ist noch ein genlock übrig ist aber groß hier muss ich meinen ist wirklich groß schutt schutt und asche so wie mein leben zerbrochene steine so wie mein leben oh da ist ein gegner auf der brücke wenn es nicht sein soll wie viele sind das näher ran näher ran näher ran näher ran näher ran und ich kann die falle nicht entschärfen schade ich bin kaum ep sehe ich gerade doch doch was sind da noch gegner von hier ok passt wir haben es durch mein hals juckt hoch hoch ich glaube diese folge wird etwas kürzer sein denn ich hätte später aufnehmen müssen aber naja also jetzt ist gerade schlecht egal so wir sind jetzt einmal da rum hier kommen die tiefen wege da kommen wir genau auch dorthin da geht es nicht durch wir sind einmal da außen rum gegangen ok so wir haben noch ungefähr zehn minuten zeit mal gucken was in den zehn minuten alles so passiert zurück in die tiefen wege möchte ich jetzt nicht gut wir sind ja in den tiefen wegen aber nicht zur landkarte oder was denn denn in der ladenkarte nichts so da ist eine riesen blut lache da stimmt da hinten mein fass und hier geht es weiter speicher das machen jetzt weiter so schau wieder gegner ich will keine gegner mehr es reicht aber eine truhe da ist ein kreischer wieder es ging aber schnell dass er wieder aufgestanden ist auch meister wechsel was hab ich gemacht naja natürlich natürlich Kann ich mich selber an quatschen ach so hab ich schon probiert probiert. Geht nicht. Schade. Aber ich find's cool irgendwie. Man redet da mit sich selber. Na. Was wäre eine Idee für ein Spiel? So, Dragon Age. Bitte? Oh. Ein Oga Alpha. Ich bin das Alpha-Tier. Boah, da, da, da. Aua. Aua? Lass mich los. Oh, wie alle auf den einen schlagen, damit der nicht loslässt. Das wär jetzt lieb. Wer klatscht? Wer klatscht ihn? Oh. Oh. Das ist eine Klupe. Hammer. Ich hab erstmal einen Oga Alpha gesehen. Und muss sagen... Oh. Smaragden-Ruby. Toll. Ich bin der glücklichste Mench der Welt. Nicht. Das man hier zerbrochene Steine sieht, ist ja voll abnormal. Toll, wohin jetzt als erstes. Ich geh einfach mal geradeaus. Da, der Oga kommt von... Nein. Ich geh als erstes mal hier entlang. Hier ist... Nischt. Weg... Eine Wegmarkierung. Super. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Boah, ist mich erschreckt. Heute kann es nicht mehr sein. Okay, dann gehen wir zurück. Ich hätte die Folge aber hier gern beendet und in der nächsten Folge weitergemacht, aber... Sie ist ja nicht meins, die Folge jetzt zu beenden. Was denn das? Ganz schön viel Anspannung hier. Ach ja? Findet ihr? Wisst ihr, was ich dagegen unternehme? Alkohol. Ich wage nicht, es mir vorzustellen. Ich poliere meine alte Waffe. Aha. Ja, verpasse ihr neuen Glanz. Mit einem trockenen Lappen und etwas Schmiere. Das ist widerlich. Gönnt ihr eurer Klinge etwa nicht hin und wieder etwas Hochglanz? Das ist ja wohl privat. Wirklich? Verdammte Kirche und ihre Regeln. Ich mache es gern ganz offen vor allen. Wo die Leute euch dabei sehen können? Ja. Moment. Wovon sprecht ihr überhaupt? Wovon sprecht ihr überhaupt? Schon gut. Die Jungs unter uns. Ja, ja. Die Jungs unter sich. Liliana fragt sich, was labern die? Huch. Zwischen all den verschiedenen Behältnissen glitzert auch etwas anderes. Ein kleines Glas-Physi-Lacterion. Kennt man ja. Steht auffallend für sich allein da. Da kommt ein Monster raus. Das... Einfach nehmen. Es zerbricht und als du es berührst und jetzt kommt ein Monster. Kennen wir doch schon alles. So, allesamt auf den Typen einklatschen sofort. Er zieht uns ran. Er zieht uns ran. Toll. Geht das? Was passiert, wenn ich... Passiert nichts. Der ist viel zu standhaft dafür. Mein Hund ist fast tot. Egal. Und... Bäm! Ins Gesicht. Hell yeah. Oh oh. Oh. Gut gemacht, Alessa. Danke. Papier fit. Jetzt habe ich auch eine Kiste. Wenn ich jetzt einfach da geradeaus gehe, dann... Wir haben schon den Weg verbunden. Okay. Okay. Dann weiter. Was ist das für ein Papierfetzen? Frage ich mich. Nase juckt. Schleiz-Axt. Die Schleiz-Axt ist stärker, aber nicht besser. Wow. Wer ist da? Da. Ist das für mich? Jojo. Wirklich? Jo. Nun, ich bin... Sprachlos. Gerne. Papierfetzen? Ich habe kein Papierfetzen gesehen. Na egal. War bestimmt so ein Quest-Gegenstand. Das wird... War hier kein Loch? Schnauze. Doch, da geht's weiter. Das muss der letzte Weg hier sein, denn... Da ist ja schon der richtige Weg. Wir hätten es auch einfach weitergehen können. Schon wieder so ein Blutsack. Wenn wir mit dem Blut... Rumpf. Wir haben Arm, Bein, Kopf. Wollen wir den Körper zusammenbauen? Hm. Toll. Schlagging voll in Leere. Nächste. Was gibt's auf dem Boden? Das Mensch. Ach so. Sehr kleinen Tiefenlauerer. Was? Genre? Was ist das? Teller... Re... Tellerreisen? Bitte? Habe ich falsch gelesen? Ach so. Nicht so. Stopp. Wird erledigt. Ja, ja. Boah. Wie groß ist die Map? Ich muss sagen, es ist eine Riesen-Map. Ach komm, haut da die, wie ein Scheiß-Wies. Ich hab keinen Bock auf euch. Oh. Boah, 100 Schaden hab ich gemacht. Alter, für ne. So. Das war's. Nein, teilweise. Ach, kommt hier die Mutti? Ich glaub nicht, dass die wirklich alle immer so klein bleiben, denn die Eier sind schon fast so groß wie die. Na? Ich glaub, die Mama kommt hier gleich vorbei. So, Mama? Kommt keine Mama vorbei? Nicht? Schade. Oh. Schick. Habe ich so versteckt, frage ich mich. Wird erledigt. Äh. Kreuzungs-Was stimmt da gerade? Keine Ahnung. Okay. Hm. Hier ist das Nest, aber keine... Ach, Anführer, die sind auch alle so groß. Hm. Das sind aber tolle Anführer. Das war ein toller Anführer. Direkt gestorben nach zwei Schlägen. Ach. Noch mehr. Gerne. Kein Problem. Na. Und dahinten ist noch einer. Hallo? Ich hab' alle auf einen einschlagen. Schon herzlos. Drop die was. Kommt drauf was. Mann. Ist ja voll gemein. Drop wirklich nichts? Hm. Naja. Ne. Dann halt nicht. Gut. Gut. Das war's. Punkt. In der nächsten Folge gehe ich dann zu diesem Teigweg. O-Oga-Teigweg. Keine Ahnung. Was auch immer das war. Namen kann ich mir sowieso nicht merken. Und. Stimmt. Wir müssen ja noch zwei Leute finden in den tiefen Wegen. Wenn ich mich recht erinnere. Einmal den Sohn von dieser einen Schmiedin. Und dann noch. Äh. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Egal. Buch. Stopp. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Und gehen da rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Gernst. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.